Alles, was wir jetzt beobachten, ist das Resultat all der Dinge, die ich erlebt habe. Die Flucht aus dem Auto, das Glitzern, der Kredit, der Puffer. Ich habe niemals das Gehalt erhalten, das ich wert war, und ich habe nie den Respekt bekommen, den ich verdiente. Der DISD, den ich von Puff erhalten habe, ist mehr wie ein Versuch, mich hier zu halten. Mase, einst der Goldjunge von Bad Boy Records, hat endlich zu einem Thema Stellung genommen, das seit Jahrzehnten im Raum steht. Seine tief verwurzelte Abneigung gegen Diddy. Nach Jahren kryptischer Kommentare und öffentlicher Konflikte enthüllt der 49-jährige Rapper jetzt den wahren Grund für seine Verachtung gegenüber dem Mann, der ihm einst zum Ruhm verholfen hat. Diddys kürzliche Verhaftung hat das Ganze zusätzlich angeheizt. Von den Straßen Haarlems bis hin zu Platinalben war Mases meteoritischer Aufstieg eng mit Diddy verbunden, aber hinter den Kulissen belasteten finanzielle Streitigkeiten und gebrochene Versprechen ihre Beziehung. Bevor wir uns jedoch mit diesen Enthüllungen befassen, müssen wir die frühen Ereignisse verstehen, die Mases außergewöhnliches Leben und seine Beziehung zu Diddy geprägt haben. Mase, geboren am 27. August 1975 in Florida, Mason Darrell Beether, besser bekannt als Mase, war eines von sechs Kindern, darunter seine Zwillingsschwester Stason. Seine frühe Kindheit wurde durch eine plötzliche Familienkrise geprägt, als sein Vater die Familie verließ, als er gerade drei Jahre alt war. Seine Mutter, auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, zog die Familie nach Harlem, New York, wo Mase den Großteil seiner Kindheit verbrachte. Das Leben in Harlem stellte für den jungen Mase Herausforderungen dar. Besorgt um seine Sicherheit, schickte ihn seine Mutter zurück nach Jacksonville, um bei Verwandten zu leben. Während dieser Zeit fernab der geschäftigen Stadt begann sich Mases Weg zu verändern. Seine ersten Begegnungen mit dem Glauben fanden in einer Kirche statt. Als er mit 15 Jahren nach Harlem zurückkehrte, entdeckte Mase sein Talent für Basketball und spielte als Point Guard an der Manhattan Center High School. Dort teilte er das Spielfeld mit Cam Rohn, einem zukünftigen Kollaborateur, der ebenfalls von der NBA träumte. Mase verfolgte seine sportlichen Ambitionen mit Hingabe, doch seine schulischen Schwierigkeiten standen ihm im Weg und er konnte keinen Platz an einem Division I College sichern. Stattdessen schrieb er sich an der State University of New York in Purchase ein. Während seine NBA-Träume verblassten, begann eine neue Leidenschaft, in ihm Fuß zu fassen. Die Musik. Mase steckte seine Energie in Songwriting, produzierte Demotapes und trat in Nachtclubs auf. Diese wachsende Liebe zur Musik führte ihn zu einer lebensverändernden Entscheidung. Er verließ die Universität, um Musik in Vollzeit zu verfolgen. Eine Wahl, die bald seine Zukunft neu gestalten würde. Mases Weg zum Ruhm begann 1993, als eine Gruppe aufstrebender Rapper aus Harlem, New York, zusammenkam, um ein Kollektiv namens Children of the Corn zu gründen, angeführt von dem äußerst talentierten Big L. Zur Gruppe gehörte Mase, der zunächst als Mörder-Mase bekannt war, sowie Bloodshed und Killer Cam, der später als Camron berühmt wurde. Ihr Ziel war klar, sich in der schnell wachsenden Hip-Hop-Szene einen Namen zu machen. Mit dem Traum, einen Vertrag bei einem großen Plattenlabel zu unterschreiben, suchten sie Rat bei Dame Dash, einer Schlüsselperson in der Musikindustrie. Unter Dash's Mentorschaft produzierten Children of the Corn, eine Reihe von Tracks und Mixtapes, die ihr rohes Talent und ihren unverwechselbaren Sound zur Schau stellten. Ihre Hoffnung war, den Sprung zum Mainstream-Erfolg zu schaffen. Mases Weg nahm jedoch eine unerwartete Wendung. 1996 führte ein zufälliges Treffen mit Sean Puff Daddy Combs in Atlanta dazu, dass sich sein Lebensweg für immer änderte. Von Mases Charisma und rohem Talent fasziniert, bot Puff ihm einen Vertrag bei Bad Boy Records an, einem der angesagtesten Labels zu der Zeit. Mase hatte erwogen, sich Jermaine Dupri und So So Death anzuschließen, aber der Reiz von Puffs Angebot, ein Vertrag über 250.000 Dollar mit einer Vorschusszahlung von 50.000 Dollar, war zu verlockend, um ihn abzulehnen. Doch diese Entscheidung würde sich schließlich schwer auf Mase niederlegen und ihm als einen seiner größten Karrierefehler erscheinen. Nach der Unterzeichnung des Vertrags bei Bad Boy Records begann Mase, sein altes Image als Murder Maze abzulegen und ein saubereres, kommerzielleres Image anzunehmen. Er brandete sich einfach als Mase mit einem Dollarzeichen für das S neu. Diese Veränderung spiegelte einen Übergang in seinem Musikstil wieder, als er sich von dem rauen Sound der Straßen zu einem polierteren, radiofreundlichen Ansatz bewegte. Sein Ziel war klar, die breite Öffentlichkeit anzusprechen. Mases Engagement und Loyalität gegenüber Puff positionierten ihn schnell als Diddys rechte Hand und ihre enge Beziehung war sowohl auf als auch hinter der Bühne offensichtlich. Kaum eine Woche nach der Unterzeichnung seines Vertrags bekam Mase seinen ersten großen Durchbruch. Er wurde auf dem Remix von 112ens Hit »Only You« gefeatured. Dies war dasselbe Freestyle, das zuerst Puffs Aufmerksamkeit erregt hatte und nun von einem viel größeren Publikum gehört wurde. Es war ein entscheidender Moment, der Mase von den Straßen Haarlems in die oberen Ränge der Musikindustrie katapultierte. Mases steigender Ruhm bedeutete mehr Kollaboration mit prominenten Künstlern und sein Talent als Songwriter wurde zu einem wichtigen Asset für Puffs Album »No Way Out«. Seine Texte, die aus persönlichen Erfahrungen und seiner Zeit auf der Straße schöpfen, fanden tiefen Anklang bei den Zuhörern und trugen zum Erfolg des Albums bei. Trotz seines wachsenden Ruhms verdiente Mase jedoch nicht so viel, wie er erwartet hatte. Die finanziellen Probleme, die andere Bad-Boy-Künstler, darunter auch der Notorious B.I.G., plagten, waren kein Geheimnis. Er selbst hatte einen bescheidenen Vertrag unterschrieben und musste andere Wege finden, um seine Zukunft abzusichern. Da er Mases Potenzial erkannte, wollte Biggie ihn zu besseren Möglichkeiten und faireren Entlohnungen für seine Arbeit führen. Biggie, der stets unternehmerisch denkend war, war auch Mitinhaber eines Marketing- und Produktionsunternehmens namens Uni Entertainment, das als Sprungbrett für seine Schützlinge wie Lil' Kim und Lil' C.E. diente. Da Biggie Mases Wert als Songwriter erkannte, arrangierte er für ihn, mehrere Songs für Lil' C.E. zu schreiben und bot ihm einen Vorschuss von 30.000 Dollar an. Mase, loyal gegenüber seiner Crew, teilte 5.000 Dollar davon mit seinem engen Freund Camron, was seinen Geist der Zusammenarbeit und des Vertrauens zeigte. Mases Kooperationen beschränkten sich jedoch nicht nur auf seinen Freundeskreis. Seine Partnerschaft mit Puff Daddy ermöglichte es ihm, auf mehreren bedeutenden Bad-Boy-Projekten zu glänzen. Zusammen mit den Locks, einer weiteren aufstrebenden Gruppe unter dem Bad-Boy-Dach, wurde Mase zu einem Gesicht des wachsenden Imperiums des Labels. Gemeinsam zierten sie das Cover des Magazins »The Source«, was den Höhepunkt ihres Einflusses symbolisierte. Hinter dem Erfolg brodelte jedoch der Konflikt zwischen dem an der Ostküste ansässigen Bad-Boy-Records und dem Westküsten-Label »Death Row Records«. Der Konflikt, bekannt als der East Coast-West Coast Beef, war eine gefährliche Fede, die der Branche tief zu schaffen machte. Mase, der darauf bedacht war, neutral zu bleiben, konnte sich dem Einfluss nicht entziehen. Die Situation eskalierte nach dem tragischen Tod von Tupac Shakur im September 1996. Kurz darauf traf eine weitere Tragödie ein, als Bloodshed, einer von Mases früheren Gruppenmitgliedern aus Children of the Corn, im März des folgenden Jahres bei einem Autounfall ums Leben kam. Diese Verluste lasteten schwer auf der Hip-Hop-Community, insbesondere auf Mase, der sah, wie seine Freunde viel zu früh aus dem Leben gerissen wurden. Zu diesem Zeitpunkt war Biggie ebenfalls in Los Angeles und drehte das Musikvideo zu seiner Hit-Single »Hypnotize« und bereitete die Veröffentlichung seines kommenden Albums vor. Der Konflikt zwischen Bad-Boy und Death Row war jedoch nicht verschwunden, und viele fürchteten um Biggies Sicherheit. Während eines prominenten Basketballturniers, an dem Mase teilnahm, hätte Biggie kommen sollen, konnte aber aufgrund von Überfüllung nicht hineingelangen. Ein kleiner Moment, der im Nachhinein wie eine verpasste Gelegenheit erschien, um das Unheil abzuwenden. Die sich zuspitzende Rivalität zwischen Ost und West sollte bald in einem weiteren verheerenden Verlust gipfeln. Am 9. März 1997, nur wenige Tage nach einem Hinweis auf anhaltende Bedrohungen, wurde der Notorious B.I.G. in Los Angeles erschossen. Sein Mord schockierte die Welt und hinterließ eine Lücke in Mases Leben. Biggie war mehr als ein Mentor, er war ein Freund, und sein Tod traf Mase sehr. Entschlossen, Biggies Vermächtnis zu ehren, setzte Mase seine Musikkarriere fort. Im Oktober 1997 veröffentlichte er sein Debütalbum Harlem World. Das Album wurde ein sofortiger Hit und enthielt Chart-Hits wie Feel So Good und Looking At Me. Diese Tracks festigten nicht nur Mases Platz in der Branche, sondern ermöglichten es ihm auch, aus Biggies Schatten zu treten und sich als Solokünstler zu etablieren. Während er den Erfolg genoss, stoppte Mase nicht bei seiner Solokarriere. Er gründete eine neue Gruppe, die ebenfalls Harlem World hieß und seine Zwillingsschwester Stazen Beether und den Rapper Lon umfasste. Unter Mases Leitung fand die Gruppe Erfolg, wobei Lon schließlich seine eigene Solokarriere innerhalb der Bad-Boy-Familie startete. Trotz seines Erfolgs begann Mase jedoch das Gewicht des Ruhms zu spüren. Bis 1999 hatte er sein eigenes Label, All Out Records gegründet unter dem Dach von So So Deaf und sich mit Jermaine Dupri wieder vereint, wobei er Harlem World als ersten Act des Labels unter Vertrag nahm. Während er weiterhin sowohl als Künstler als auch als Unternehmer seinen Weg ging, zog Mases Privatleben ebenfalls Aufmerksamkeit auf sich. Er wurde romantisch mit der Sängerin Brandy in Verbindung gebracht und obwohl Brandy die Beziehung nie öffentlich bestätigte, offenbarte Mase in seinen Memoiren, dass sie eine von vier bedeutenden Freundinnen in seinem Leben war. Außerdem hatte er kurzzeitig eine Beziehung mit der Legende Alia, ein Fakt, der später vom Produzenten Mark Ronson unterstützt wurde, der die beiden 1999 in einem Nachtclub zusammen gesehen hatte. Doch erneut traf eine Tragödie ein, als Big L., ein weiteres Mitglied von Children of the Corn, ermordet wurde. Mit nur 24 Jahren war Big L.'s Tod eine herzzerreißende Erinnerung daran, wie vergänglich das Leben sein kann. Dies, gepaart mit dem Druck des Ruhms, begann schwer auf Mase zu lasten. Er begann, seinen Platz in der Branche und die Richtung, in die sein Leben ging, zu hinterfragen. In einem unerwarteten Schritt kündigte Mase während eines Live-Interviews mit Funkmaster Flex seinen Rücktritt vom Rap an und nannte seine wachsende Desillusionierung mit der Musikindustrie als Grund. Mase erklärte, dass er das Gefühl hatte, die Menschen auf einen destruktiven Pfad zu führen und dass sein Herz nicht mehr in der Verfolgung von Ruhm und Reichtum war. Er hatte Trost in der Spiritualität gefunden und wollte sich darauf konzentrieren, ein Leben mit Sinn zu führen. Die Ankündigung schockierte sowohl Fans als auch die Musikszene, da Mase sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere befand. Doch für Mase war es wichtig, sich von der Branche zurückzuziehen, um seine Authentizität zurückzugewinnen und Erfüllung jenseits der oberflächlichen Fänge des Erfolgs zu suchen. Er äußerte, dass die Welt des Raps, die sich auf Materialismus und Ruhm konzentrierte, nicht länger mit seinen Werten übereinstimmte. Trotz Mases unerwartetem Rücktritt aus der Musikindustrie erhielt sein zweites Album, Double Up, weiterhin viel Aufmerksamkeit und erreichte bemerkenswerte Erfolge. Der kommerzielle Erfolg von Mase erreichte Platz 2 in den Billboard-Hip-Hop-Charts und erlangte schließlich Goldstatus. Fans und Zuhörer spekulierten, dass der Song Same N auf Mases Beziehung zu Brandy anspielte, was seiner persönlichen Geschichte eine zusätzliche Dimension verliehe. Doch Mases abruptes Ausscheiden aus der Musikindustrie im Jahr 1999 ließ Fans und Insider ratlos zurück. Seine Karriere war auf einem vielversprechenden Kurs, was sein plötzliches Verschwinden umso verwirrender machte. Zu diesem Zeitpunkt kursierten unzählige Gerüchte und Spekulationen über die wahren Gründe für Mases' Entscheidung. War es ein Streit mit Sean Puff, Daddy Combs? War es der Druck aus der Branche oder persönliche Dämonen, die ihn dazu trieben? Die Klatschmaschine lief auf Hochtouren, aber ein Insider brachte schließlich Licht ins Dunkel und gab einen Einblick in die Ereignisse, die zu Mases radikaler Transformation führten. Laut dem Insider begann sich Mases Perspektive zu ändern, nachdem er die wunderbare Genesung eines engen Freundes von einer Krankheit miterlebt hatte, gefolgt von einer tiefen, herzlichen Bekundung des Glaubens an Christus. Diese Erfahrung wirkte als Katalysator für Mases spirituelles Erwachen und veranlasste ihn, sein Leben, seine Prioritäten und die Richtung seiner Karriere neu zu bewerten. Sein Glauben begann zu wachsen und bald darauf hatte er eine weitere prägende Begegnung, diesmal mit den Zwillingsschwestern Tia und Tamara. Die beiden Schauspielerinnen trafen Mase am Set seines Songs »I Really Like It«, wo sie über Spiritualität und Glauben sprachen. Ihr Gespräch schien den Weg zu bestärken, den Mase fühlte, dass er einschlagen sollte. Während die Gerüchte über Mases Abgang weiter kursierten, nahmen verschiedene Theorien Gestalt an. Eine der populärsten Ideen war, dass Mase mit seiner Karriere unter Puff-Daddies Anleitung desillusioniert war. Einige glaubten, dass Combs Mases Image in etwas Kommerzielles verwandelt hatte, das weit entfernt von seinen Hardcore-Wurzeln war. Diese Transformation könnte Mase unwohl gefühlt haben und zu seinem endgültigen Austritt geführt haben. Andere spekulierten, dass Mases Beziehungen zu anderen Rappern einen beitragenden Faktor darstellten. Ein anonymer Geschäftsführer deutete an, dass Mase von seinen Kollegen kritisiert wurde, da viele das Gefühl hatten, er habe sich in der Branche nicht bewährt. Sein Aufstieg zum Ruhm in den Vororten hatte einige seiner ursprünglichen Fans von seiner Zeit mit der Gruppe Children of the Corn entfremdet, was dazu führte, dass einige ihn als Verräter brandmarkten. Eine weitere dramatische Theorie kam von dem Mitrapper Cam Rohn und dem Hip-Hop-Künstler Lord Jamar. Ihnen zufolge spielte Angst, eine entscheidende Rolle in Mases Entscheidung zu gehen. Cam Rohn behauptete, Mase habe geglaubt, dass sein neu gefundener Glaube an Gott ihn vor den Gefahren und der Gewalt seiner Vergangenheit schützen würde. Er war überzeugt, dass ihm die Hingabe seines Lebens an Gott ein Gefühl der Unverwundbarkeit verleihen würde, eine Annahme, die Cam Rohn als naiv und fehlgeleitet ansah. Mase wies jedoch alle diese Theorien zurück und betonte, dass seine Entscheidung, die Musik hinter sich zu lassen, eine persönliche war, geleitet von göttlicher Inspiration. Obwohl er noch unter Vertrag bei Bad Boy Records stand, informierte er Puff Daddy, dass seine Entscheidung endgültig war und sein Glaube ihn auf einen neuen Weg führte. Sein Austritt bedeutete nicht nur den Rückzug aus der Branche, sondern eine vollständige Lebensveränderung. Um dieses neue Kapitel zu verfolgen, schrieb sich Mase an der Clark Atlanta University für Mathematik ein. Er suchte nach einer anderen Identität, die weit entfernt von seiner Vergangenheit als Rapper war. Mase entschied sich sogar, außerhalb des Campus zu wohnen, um der Aufmerksamkeit und dem Rummel zu entgehen, die mit seinem prominenten Status einhergingen. Sein Ziel war es, sich vollständig in das akademische Leben zu vertiefen, seine Studien zu priorisieren und sich von seinem früheren Leben zu distanzieren. In seiner Suche nach einem einfacheren und spirituelleren Dasein begann Mase, viele der materiellen Besitztümer abzulegen, die einst sein Image prägten. Er verschenkte seine Luxusfahrzeuge, darunter einen Range Rover, einen BMW, ein Mercedes Cabriolet und sogar eine Rolex-Uhr als Symbole seiner Abkehr von weltlichen Werten. Sein neu gefundener Glaube führte ihn auch dazu, verschiedene Kirchen zu erkunden, um eine spirituelle Verbindung und Gemeinschaft zu finden. Doch mit seinem Ruhm kam die Versuchung und Mase fand sich im Kampf, sein Zölibat zu wahren. Frauen fühlten sich weiterhin zu ihm hingezogen und trotz seiner besten Absichten fiel er mehr als einmal der Versuchung zum Opfer. Eine Realität, die den inneren Kampf zwischen seinen menschlichen Begierden und spirituellen Bestrebungen widerspiegelte. Mases Kampf erreichte einen Wendepunkt, als er körperliche Beschwerden verspürte, nachdem er nachgegeben hatte. Dies war ein Weckruf für ihn und er beschloss, sich voll und ganz seinem neuen Weg zu widmen. Er umarmte seinen Glauben von ganzem Herzen und wurde Pastor. Er heiratete Tviabeta und gemeinsam gründeten sie Kirchen in Atlanta und Phoenix, widmeten ihr Leben dem Dienst und dem Aufbau einer Familie. Doch trotz seines äußeren Erfolgs als Pastor gestand Mase später, die Entscheidung zu bereuen. Er gab zu, dass er in seine neue Rolle hineingestürzt war, ohne sich Zeit für spirituelles, persönliches und emotionales Wachstum zu lassen. Der drastische Wechsel von einem extremen Lebensstil zu einem anderen erwies sich als zu schwierig zu bewältigen. Im Jahr 2004 kehrte Mase überraschend in die Musikindustrie zurück und veröffentlichte sein Album Welcome Back. Die Ankündigung überraschte die Fans und die Reaktionen waren gemischt. Die Titelsingle Welcome Back wurde gut aufgenommen, da die Fans begeistert waren, wieder von Mase zu hören. Das Lied debütierte erneut auf Platz 4 der US-Billboard-Charts und das Album erreichte schließlich Gold-Status. Die Reaktionen von Mases Gemeindemitgliedern waren jedoch weniger begeistert. Die Spannungen zwischen seiner Rolle als Pastor und seiner Rückkehr zur weltlichen Musik sorgten für Dissonanzen innerhalb der Kirchengemeinschaft. Seine spirituellen Anhänger fragten sich, wie Mase die beiden Welten miteinander in Einklang bringen könnte, insbesondere angesichts des Gegensatzes zwischen seinem früheren Leben als Rapper und seiner gegenwärtigen Rolle als spiritueller Führer. Das Album Welcome Back offenbarte Mases persönliche Transformation, da er seine christlichen Überzeugungen in seine Texte einfließen ließ. Er beschrieb sich selbst als ein Bad Boy, der auf den rechten Weg zurückgefunden hat. Eine Reflexion seiner Reise von Puff Daddies Bad Boy Records zu seinem erneuerten, tugendhaften Leben. Die Singles Welcome Back und Breathe Stretch Shake erhielten erhebliche Airplay im Radio und obwohl einige Kritiker unimpressed waren, wurden die Songs im folgenden Jahr mit Gold ausgezeichnet. Mases Ambitionen wuchsen über seine Solo-Karriere hinaus und er strebte an, sich 50 Cent G-Unit Records anzuschließen. Dieser Schritt hätte es ihm ermöglicht, seinen Einfluss zu erweitern und sich innerhalb der Hip-Hop-Community neu zu etablieren. Neu zu etablieren. Doch der Deal scheiterte aufgrund finanzieller Differenzen. Diddy verlangte eine Ablösesumme von 2 Millionen Dollar und die Transaktion konnte mehrere Jahre lang nicht abgeschlossen werden. Mase zog sich erneut aus dem Rampenlicht zurück, war jedoch bis 2009 bereit, in die Musikszene zurückzukehren. Seine Rückkehr war sorgfältig geplant. Er trat strategisch bei Remixen beliebter R'n'B-Songs auf, darunter ein Vers auf Harry O's Uptown Boy und später auf einem Remix von Drake's Best I Ever Had. Diese Veröffentlichungen ermöglichten es ihm, sanft in die Branche zurückzukehren und die Reaktionen des Publikums zu testen. Mases Comeback wurde berichtend zufolge von Michaels Jacksons Tod beeinflusst, einem Ereignis, das ihn dazu brachte, sich wieder mit seinen künstlerischen Leidenschaften zu verbinden. Im Sommer 2009 setzte er seine Veröffentlichungen fort und arbeitete an DJ Selfs Radio Show, in der er eine Reihe neuer Tracks herausbrachte, darunter Get It mit Cam Ron und Solo-Projekte wie Shut The City Down, in denen er über sein Hip-Hop-Erbe reflektierte und sich mit Batman verglich, der zurückkehrt, um den Tag zu retten. Sein Comeback war sowohl von Selbstvertrauen als auch von Nostalgie geprägt, während er seine Position in der Branche wieder behauptete. In den folgenden Monaten veröffentlichte Maase weitere Tracks wie Radio und das mit Spannung erwartete Mixtape I Bleed Money. Seine Kooperationen mit Ron Browse und Jim Jones zeigten seine Fähigkeit, mit alten Rivalen zu arbeiten und in einem sich schnell verändernden Musikumfeld relevant zu bleiben. Im September brachte das Remix von Gimme 20 Dollar ihn mit Jim Jones zusammen und schloss das Kapitel ihrer vorherigen Konflikte. Die Spannungen zwischen Maase und Diddy haben die Musikszene über Jahre hinweg beschäftigt, da ihre komplizierte Beziehung, die auf ungelösten Streitigkeiten und vertraglichen Verpflichtungen basierte, sich zurück bis in die späten 1990 Jahre verfolgen ließ, als Maase zum ersten Mal bei Bad Boy Records unterschrieb, dem Label, das Diddy gegründet hatte. Maase stieg schnell zum Star auf und erzielte Hits, die dazu beitrugen, die goldene Ära des Labels zu definieren. Hinter den Kulissen brodelten jedoch Spannungen, hauptsächlich aufgrund von Streitigkeiten über Geld, Verträge und die Kontrolle über seine künstlerische Richtung. In einem mutigen Schritt, der viele überraschte, trat Maase unerwartet bei einem Radiosender in Atlanta auf und konfrontierte Diddy und seine Gruppe Dirty Money. Er kam mit rechtlichen Dokumenten bewaffnet, in der Hoffnung, endlich ihre Probleme zu lösen und sich von seinem langjährigen Vertrag mit Bad Boy Records zu befreien. Trotz der Plötzlichkeit des Treffens stimmte Diddy zu, die Papiere zu überprüfen und zu unterzeichnen. Für einen Moment schien es, als ob Maises Bemühungen erfolgreich waren. Doch die Lösung gestaltete sich nicht so einfach, wie er gehofft hatte. Die unterzeichneten Dokumente erlaubten ihm, mit Künstlern anderer Labels zusammenzuarbeiten, gewähren Maase jedoch nur eine vorübergehende Freigabe von seinem Vertrag mit Bad Boy Records. Eine Freigabe, die nur ein Jahr hielt. Diese vorübergehende Erleichterung brachte Maase in eine frustrierende Position, da seine Hoffnungen auf vollständige Freiheit erneut verzögert wurden. Es war erst 2012, dass Maase offiziell die Verbindungen zu Bad Boy Records kappte und damit das Ende einer Beziehung markierte, die mehr als ein Jahrzehnt gedauert hatte. Trotz der angespannten Vergangenheit schien es, als ob sich die beiden vier Jahre später versöhnten, was durch Maces Teilnahme an der Bad Boy Family Reunion Tour symbolisiert wurde. Die Fans waren hoffnungsvoll, dass die langanhaltenden Spannungen zwischen den beiden beigelegt worden waren und die Reunion Tour schien einen Triumph für sowohl Maase als auch Didi darzustellen. Doch der Frieden zwischen ihnen war nur von kurzer Dauer. Bis 2020 tauchten alte Wunden wieder auf und führten zu einem öffentlichen Streit. In einem mittlerweile gelöschten Instagram-Post enthüllte Maase ein besorgniserregendes Detail aus ihrer Vergangenheit. Didi hatte Maces Verlagsrechte für lächerliche 2000 Dollar erworben, vor zwei Jahrzehnten. Jetzt strebte Maase danach, das Eigentum zurückzuerlangen und bot Didi zwei Millionen Dollar an, um seine Rechte zurückzukaufen. Zu Maases Frustration wies Didi das Angebot angeblich zurück und erklärte, ein Käufer aus Europa habe einen höheren Preis geboten. Diese finanzielle Auseinandersetzung entfachte den öffentlichen Streit, der darin endete, dass Maase 2020 Disstracks gegen Didi veröffentlichte. In einem der Tracks Oracle 2 Standing on IES kritisierte Maase seinen ehemaligen Mentor scharf und warf ihm vor, ein luxuriöses Leben zu führen, während er die Künstler, die Bad Boy Records aufgebaut hatten, vernachlässigte. Maases Texte zeichneten ein Bild von Ausbeutung, bei der Didi kräftig von der harten Arbeit seiner Künstler profitierte, während er wenig im Gegenzug bot. Diese Vorwürfe warfen ein Licht auf die breiteren Probleme, die die Musikindustrie plagen, insbesondere hinsichtlich der Machtverhältnisse zwischen Künstlern und Labels. Maases Fragen nach Fairness, Transparenz und den ethischen Grundsätzen in den Beziehungen zwischen Künstlern und Labels. Didi nahm die Vorwürfe nicht auf die leichte Schulter. In einem Interview mit The Breakfast Club im Jahr 2022 wies er Mases Ansprüche zurück und bezeichnete sie als unbegründet. Er ging sogar so weit, Mase als falschen Pastor zu bezeichnen und ihm vorzuwerfen, seine Anhänger zu täuschen und ihm eine erhebliche Summe Geld zu schulden. Didi behauptete, er habe Beweise, um seine Behauptungen zu untermauern, was den Konflikt weiter eskalierte. In der Folge traf Mase einen Schritt, der die Musikwelt schockierte. Er gab bekannt, dass er einen Vertrag mit Death Row Records unterzeichnet hatte. Für Mase schien dies ein Neuanfang und ein kämpferischer Schritt weg von seiner problematischen Geschichte mit Bad Boy zu sein. Allerdings bleibt die Gültigkeit des Deals unklar, da es keine konkreten Beweise für seine offizielle Zugehörigkeit zu dem Label gibt. Die einst vielversprechende Partnerschaft zwischen Mase und Didi hat sich nun zu einem bitteren Streit entwickelt, der von öffentlichen Anschuldigungen und zerbrochenem Vertrauen geprägt ist. Was als starke kreative Zusammenarbeit begann, ist zu einer warnenden Geschichte geworden, wie Geld, Kontrolle und gebrochene Versprechen Beziehungen in der Musikindustrie für immer schädigen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren Sie und aktivieren Sie die Benachrichtigungen, um über unsere neuesten Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben.